Moin, Servus, wir gehts weiter bei Battle Chasers Night War, direkt nach dem Intro. Sauber, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich sammle Materialien und ich versuche unsere... Wie heißt das? Okay, wir versuchen hier weiterzukommen und zwar muss ich mich ein bisschen hochleveln, damit ich auch eine Chance habe gegen Destra, überhaupt in diesem Gebiet eine Chance habe, denn wir sind dort etwas höher, stärker und besser und geiler als hier, aber das macht nichts. So, ich gehe einfach nach oben, kämpfe uns ein bisschen den Weg frei, Nach links müssen wir noch nicht gehen, das macht keinen Sinn. Die sind so stark auf der Seite, habe ich schon probiert. Noch bluten leider, den müssen wir gleich mal rausnehmen hier. Da mit. Blinkereinigung. So, vielleicht machen wir bei ihm auch noch mal. Mal. Sehr gut. So, lass mal elementar angreifen. Lass mal elementar angreifen. Trotz ein bisschen rein, aber... Lässt sich noch... ...bei man. ... ... ... ... ... Ai, 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 die kräftige Seile verpasst, das ist aber asso. So, hier ist Kaliberett aus Oben, so sind alle 24, nicht schlecht, aber wir müssen weiterkämpfen, um zu kommen. Durch dieses Torfülle kein Weg, es ist seit wir aus Verschwinden versiegelt. Ok, danke für die schnelle Antwort. Komm an, hier an der Weg. Tada. Ich kriege genug Sachen, die man noch durchforsten kann. Inventar nehmen wir noch mit, ja? Ok, ich probiere jetzt nicht leichtereig, ne? Macht doch mal nichts. Dann mal hier... Ok. Ist er denn als erstes? Ja. Ok. 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 Scheiße, er hat mich rausgeholt, die dumme Sau. So gut, da. Ehe, die Kampferd? Aber jetzt, ok. Eh, Barmada? Más? Super Move benutzen. Schau dir das an. Jetzt gehts ab. Was fand ich denn? Wir haben hier richtig viele Materialien, was sehr gut ist, denn ich habe schon einige Waffen gesehen. Was hier muss das überlegene Wissen ist, da gucken wir es mal rein. Zack, mal kriegen paar Punkte, macht gut. Die Blutkirche war schon drin. Da habe ich nochmal ein, zwei Pompiere, aber das brauchen wir nicht. Oh, guck mal hier. Wollte man aber schon leben. Mann, so ein Spaß. Was? Ist ja nicht so gesund. Ah, keine Krankheit. Mit Ansagen. Wollte mann. Wollte mann. Wollte mann. Wollte mann. Wollte mann. Wollte mann. Sehr gut. Sowas mag ich. Ist schnell. Musik. Musik ist so dramatisch hier oben in der Eisregion. E-Region. E-Region. Sollen unsere Leute mal heilen hier? Hier machen. Wollte mann. Es ist schnell auf der Eisregion. Musik ist ger babeая dust. Wollte mann. Musik ist er. Wollte mann. Um. Oh Ja 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 Ich habe ein paar Teile gesammelt, ne? Ja, das bringt nichts da reinzugehen, Leute Ihr könnt es nochmal testen, aber ich meine, es ist echt zu stark Aber wir testen es trotzdem nochmal So Kann schon fortsetzen, ja? Das ist nochmal Okay Vielleicht mal unseren Vorteilsbaum nochmal angucken Dann müssen wir auch mal bis zum Ende Viel mehr dürfte da ja nicht mehr sein Ich weiß es aber gar nicht genau, müssen wir mal gucken Ja, besucht mich gerne mal auf Twitter zwischendurch Ähm, darüber schreibe ich jetzt immer alles, was denn noch so passiert Ähm Also AdSchanzen spielt Bei Twitter Ähm, da schreibe ich nach drüber, wann ich was loslege Und ich fange auch wieder mit Streams an Die würde ich darüber dann auch mal gern Bescheid geben Weil ich bei YouTube leider noch keine Nachrichten versenden kann Boah, guck mal auf So, ein Scharlachgarten Ich weiß nur nicht, wo die Gewandelsinn sind Wir müssen ja auch erstmal dahin Ich hoffe jetzt mal weiter Ich hoffe jetzt mal weiter Fine Hey, ich bin hier ab Oh, verdammt Das wird ein fester Kampf werden, den wir auch scheinbar verlieren werden, aber egal Also diese, diese Gargoyle, da haben wir ja auch keine Chance gegen Die hauen uns sowas von rar, oder? Der schlägt so zu Der fahr noch ein bisschen Oh, ich brauche das an, wie viel da reinklotzt das nicht, ey Der fahr noch nicht Oh, ich bin hier Ich bin hier Ich habe ihn geholfen, aber ich habe ihn geholfen. Er muss beteut sein und wird eigentlich nichts machen, weil er beteut ist. Was ist denn das? Oh shit, der war beteut, der Spannung. Die Karten. Dann gehen wir nach. der betonkommun natürlich klar ach das ist ja eine steinke, das können wir kaum schaden machen ich habe die Axt Alter Ja, das sieht Es ist ein Torch Das war jetzt die erste Welle, ne? Wahrscheinlich sind die meisten, Alter, warum zeigt man uns die ganze Scheiße, warum zeigt man nicht einfach, dass man das er kann und wenn er fertig ist, euch wollte ich das ganze Spiel zeigen, das heißt, ich werde euch auch das zeigen, was ich nicht schaffe, so richtig gut, weil ich finde, das gehört ja auch dem Spiel dazu. Das war's. 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 Das war's.